Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 225. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Eigentlich wollte ich ein bisschen später in dieser Woche podcasten, weil, also ich wusste es ja eigentlich überhaupt gar nicht, aber ich habe gesagt, bevor ich jetzt gar nicht es hinkriege, weil diese Woche ja Subscribe ist, das ganze Wochenende für sich in Anspruch nimmt und ich echt nicht weiß, wann ich am Sonntag wieder nach Hause komme, habe ich gedacht, mache ich schon mal so ein kleines Zwischenupdate und das ist jetzt. Die Arbeitswoche war anstrengend, aber sehr, sehr gut, denn am Mittwoch, den 20. wurde in St. Peter-Ording einer der Pfahlbauten abgerissen. Das ist mein ehemaliges Toilettenhaus gewesen, was auf diesen typischen Stelzen steht und das ist ja sehr ikonisch auch für Schleswig-Holstein, weil es diese Pfahlbauten so in der Form eigentlich nur dort gibt und der war jetzt halt schon über 50 Jahre alt. Es war echt nicht mehr technisch auf dem Stand und dadurch, dass der Meeresspiegel immer ansteigt und das Wasser einfach pro Jahr zwischen 5 und 8 Meter näher an die eigentliche Küstenlinie ranrückt auf dieser Sandbank, die da den Strand bildet, haben sie gesagt, das lohnt sich eigentlich nicht mehr, da noch was zu machen an Renovierung, reißen wir den ab und bauen was Neues. Und sie haben erst was Neues aufgebaut, bevor sie den alten abgerissen haben und ich war eben da, um dort zu berichten für den Hörfunk und fürs Fernsehen. Wir hatten Ü-Wagen da für den Hörfunk und in der einen Live-Schalte hatten wir sogar eben den Moment, wo die beiden Bagger das Ding umgeschubst haben mit Rumpel, Pumpel und knarzendem, krachendem Holz. Das war echt beeindruckend vom Ton her. Wir hatten da noch so ein extra Mikro hingestellt, so ein Richtmikrofon für die Atmo und das war sehr, sehr beeindruckend. Einer der Fernsehbeiträge, die ich danach gemacht habe, sind sogar noch online. Ich verlinke den noch in den Shownotes. Da kann man sich noch, ich glaube, eine Woche lang angucken, wie dieser Pfahlbau zusammengebrochen ist und da hört man es eben auch nochmal sehr deutlich krachen und knarzen. Kann ich sehr empfehlen, diesen Klick. Ja, das war auch gleich das Highlight der Arbeitswoche und dann am Donnerstag, den 21. bin ich morgens um sieben mit Christoph vom ESC-Schnack-Podcast nach Köln aufgebrochen in unserer kleinen Vorbereitungstour für die Subscribe, die am Freitag, den 22. startet. Denn wir haben gesagt, wir wollen gerne früh in Köln sein und wollen uns dann noch ein bisschen ausruhen können, damit wir ganz entspannt dann den ersten Kongresstag in Anführungszeichen mitnehmen können. Und dann waren wir gegen kurz vor zwei am Hotel, dem B&B Köln West Hotel. Das ist so ein Budget-Hotel direkt an der Autobahn, sowas wie Motel One oder so. Ist trotzdem immer noch teuer genug. In Köln ist ja gerade irgendeine Messe. Und wir sind jetzt bei, also ich habe für drei Nächte bezahlt 210 Euro. Christoph hat ein bisschen früher gebucht, der kam irgendwie mit 180 davon. Ja, wir haben kein Frühstück dazu gebucht, weil wir bei der Subscribe ja Vollverpflegung haben. Das wären sonst auch nochmal 8,50 Euro gewesen. Ja, kurz zum Hotel. Das Zimmer ist, wie ich finde, ausreichend groß. Es ist ein Doppelzimmer, das ich alleine benutze. Ein bisschen komisch finde ich, dass das Waschbecken außerhalb des Badezimmers ist. Keine Ahnung, was das soll. Und ich habe eben die erste Version dieses Podcasts aufgenommen in einer Schreibnische. Das klang aber echt so krass nach Schwimmbad, dass ich gesagt habe, das möchte ich eigentlich nicht raus in die Weltöffentlichkeit setzen. Und jetzt habe ich mich hier auf den Sessel gesetzt und spreche gegen den Vorhang. Das ist zumindest so ein bisschen, ja, tonmäßig angenehmer vom Klang her. So ein bisschen trockener. Immer noch nicht perfekt, aber wie gesagt, das, also da hinten, das ging überhaupt gar nicht. Das wollte ich einfach keinen zumuten. Habe ich mir eigentlich schon bei der Aufnahme gedacht, aber im Nachhören klang es dann nochmal schlimmer. Ich kann ja einfach mal scheißhalber aus Quatsch die ersten paar Sekunden einspielen. Denn da hört ihr dann auch noch den anderen Grund, warum ich mich entschlossen habe, entschließen musste, diese Folge nochmal neu aufzunehmen. Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaasfein im Podcast Episode 225. Ich bin gerade so ein bisschen zusammengezuckt, als ich den Raum gehört habe, denn ich bin hier gerade in meinem Hotelzimmer kurz vor der Subscribe und das hat so eine kleine Schreibnische. Die besteht aus lauter glatten Wänden und deswegen klingt das so ein bisschen wie im Schwimmbad hier gerade. Ich mache es einfach kurz. Ansonsten, was haben wir gemacht heute? Wir sind dann, wir sind angekommen im Hotel, konnten auch relativ, also konnten eigentlich sofort aufs Zimmer. Die waren tatsächlich schon fertig, hatten wir Glück. Und dann haben wir uns kurz ausgeruht, dreiviertel Stunde Powernap. Also wenn ich den Wecker nicht gehabt hätte, ich hätte durchgepennt. Und dann sind wir in die Stadt gefahren. Das ist halt der Nachteil an diesem Hotel. Das ist echt ganz weit draußen, ist eigentlich schon in Frechen, also gar nicht mehr Köln. Und wir sind 20 Minuten bis zur Innenstadt gefahren mit dem Auto. Und wenn ich morgen, also am Freitag zum Start der Subscribe nach Köln reinfahre, werde ich das mit den Öffentlichen tun, mit der Straßenbahn. Da bin ich dann von Haustür zu Haustür eine Stunde unterwegs. Da hätten wir schon fast irgendwo, naja, nach Bonn, nee, Rheinuferbahn, hätte ja auch eine Weile gebraucht. Egal. Wir sind, wie gesagt, 20 Minuten ungefähr in die Innenstadt gefahren, haben uns da irgendwo in der Stadt eine Currywurst mit Brötchen geholt und sind ein bisschen einfach durch die Fußgängerzone geschlendert. Schildergasse, Gürze nicht, runter zum Rhein. Und sind da ein bisschen längs gelaufen, mal in den Dom reingeguckt und dann nochmal wieder durch die Fußgängerzone zurück. Haben uns da irgendwo eine kleine Kölschkneipe gesucht und noch ein Bierchen getrunken. Also ich zumindest, Christoph musste ja fahren. Und dann sind wir losgedüst zur Fetten Kuh in die Bonner Straße. Das ist ja ein sehr berühmtes, bekanntes Burger-Restaurant in Köln, gilt auch irgendwie als das Beste der Stadt. Ich möchte mal sagen, wir sind offenbar sehr verwöhnt in Schleswig-Holstein, was Burger-Restaurants angeht, denn so richtig kann ich den Hype nicht nachvollziehen. Also ich hatte den Burger der Woche, das ist im Prinzip ein Cheeseburger mit karamellisierten Zwiebeln und Süßkartoffelscheiben auf dem Burger. Das war tatsächlich eine sehr, sehr coole Idee. Salatblatt noch drauf und eine Chili-Chipottel-Soße. Das war völlig in Ordnung. So, das war jetzt, also war aber halt auch nichts Außergewöhnliches. Also es war jetzt eben nicht der Knaller, Augenöffner, der Eiergreifer, den ich erwartet hätte nach all den Rezensionen, die ich vorher gelesen hatte. Ja, also ich habe schon bessere Burger gehabt. Natürlich auch viele schlechtere, ohne Frage, aber eben auch bessere. Ja, und dann sind wir nach dem Erntbrot, sind wir wieder Richtung Hotel gefahren. Hier direkt nebenan ist ein Globus-Supermarkt. Da haben uns noch jeder zwei Fläschchen Kölsch geholt. Haben hier noch draußen auf der Terrasse gesessen. Das Wetter ist fantastisch. Wir hatten heute 18, 19 Grad und haben dann zwar schon wieder mit Jacke und im Dunkeln draußen gesessen und haben noch jeder das Bier ausgetrunken und uns noch unterhalten. Und jetzt ist langsam Feierabend. Ich habe gedacht, ich kann nochmal schnell ein paar Gedanken aufnehmen, die ich euch angedeihen lassen möchte, bevor ich mich dann auch hinlege und mich auf den Tag morgen vorbereite und freue. Ich hatte letzte Folge angekündigt, dass ich im nächsten Podcast davon erzähle, wie das Gespräch mit unserem Europaabgeordneten war. Dazu ist es noch nicht gekommen. Ich hatte ein bisschen was zu tun. Ich hatte noch keine Zeit. Aber die werde ich morgen haben. Ich habe auf jeden Fall schon die Kontaktdaten rausgesucht. Wir haben drei Europaabgeordnete für Schleswig-Holstein, einen CDU-Menschen, eine Frau von der SPD und eine Frau von den liberal-konservativen Reformern. Und auch so geil. Wie viele Widersprüche kann eine Partei im Namen tragen? Du kannst entweder liberal oder konservativ oder Reformer sein. Punkt. Alles zusammen geht nicht. Und das ist ja auch so eine AfD-Ausgründung. Diese Partei, die hat auf ihrer Seite auch irgendwelche Links zu Roland Tichy und diesem ganzen anderen rechten Hetzern, wo ich gesagt habe, okay, die ist meine Zeit nun wirklich nicht wert. Die rufe ich nicht an. Die SPD-Frau hat tatsächlich auch, das habe ich von einem Bekannten erfahren, der in der Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein arbeitet, die ist gegen die Urheberrechtsreform mit Artikel 11, 12, 13. Und der CDU-Mann hat sich sehr klar für diese Reform positioniert. Ich werde beide anrufen. Morgen werde ich das machen und werde mit denen kurz sprechen. Und der SPD-Frau werde ich halt im Prinzip dann danken, dass sie so in meinem Sinne abstimmt. Und der CDU-Mann, der hat sich so deutlich positioniert, da werde ich auch nicht, ich werde ihn nicht überzeugen. Das ist auch gar nicht mein Ansatz, aber mal gucken, wie das Gespräch läuft. Ich werde berichten, sobald ich dazu komme, nochmal zu podcasten. Ja, und ansonsten ist dann ja am Freitag die Subscribe. 300 Leute sind angemeldet. Ich habe mich schon mal angekündigt, für 10 Uhr als Aufbauhelfer da zu sein und werde mich dann nochmal irgendwann rausziehen, weil ich mit ein paar Leuten zum Mittagessen verabredet bin in einem Restaurant namens Wurstcase-Szenario. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe ein paar Bilder gesehen von dem Essen, was sie da servieren bei Twitter und dachte, ja, da möchte ich vielleicht mal hin. Und dann geht es ja nachmittags, ab 3 kann man da ankommen und so 16.30 ungefähr soll die Eröffnung sein. Das schaffen wir also locker. Ich werde mir also morgen auch eine Tageskarte holen für den öffentlichen Personennahverkehr, weil ich, glaube ich, viel unterwegs sein werde. Ja, und dann bin ich sehr gespannt, wie die Veranstaltung läuft. Also das ist ja ungefähr doppelt so viel wie bei der letzten Subscribe an Menschen. Da waren wir, glaube ich, 120, 150. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das verläuft. Und dann auch bin ich noch sehr unschlüssig tatsächlich, was mein eigener Plan ist für diese Veranstaltung. Eigentlich war der Impuls, sich einfach irgendwo hinzusetzen und einfach nur da zu sein, mit Menschen zu reden, ins Gespräch zu kommen, weil einfach genug Leute da sind, die ich ewig nicht gesehen habe und mit denen ich mir sehr viel zu erzählen hätte. Andererseits sind da auch ein paar echt coole Workshops und Vorträge dabei, die ich auch gerne hören würde, die mich wirklich interessieren. Ja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse das, glaube ich, einfach mal auf mich zukommen und dann werde ich euch erzählen, wie es war in der nächsten Episode von Jörn Schaas feinem Podcast. Wann die erscheint, wie immer, muss ich ja jetzt dann inzwischen sagen, weiß ich noch nicht, weil jetzt einfach ich sehr viel unterwegs bin und ich einfach noch nicht sagen kann, wann ich dazu kommen werde. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald. Musik 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 Musik